Man solle ja aus der Geschichte lernen, so heißt es ja immer so schön. Meist funktioniert das mit den historischen Analogien aber eher schlecht als recht. Allerdings vor 130 Jahren wurde eine Studie über einen römischen Kaiser erst zum Bestseller, dann zum Skandal, weil die Zeitgenössen darin eben eine Analogie sahen, genauer gesagt eine Verhohne-Piepelung von Kaiser Wilhelm II. Hartmut Schade erzählt die ganze Geschichte von Ludwig Quiddes Caligula. Im Vorzimmer zahlreicher preußischer Gesandter hängen Fotos des Kaisers. Wilhelm II. hat sie eigenhändig mit einem Spruch versehen. Oderind dumm metuand, mögen sie hassen, wenn sie nur fürchten. Es ist das Motto Caligulas, römischer Kaiser von 37 bis zu seiner Ermordung im Jahr 41. Für Ludwig Quiddes sind diese Fotografien der letzte Anstoß für eine Studie über jenen römischen Kaiser, der als das skrupelloseste und perverseste aller Cäsaren gilt. Der Kaiser konnte keine selbstständige Kraft neben sich ertragen. Für Quiddes Zeitgenossen ist klar, gemeint ist damit Bismarcks Entlassung nach der Thronbesteigung Wilhelm II. Und beim Hinweis, Caligula sei der Sohn des beliebten Germanikus, denken die Deutschen an den liberalen Hoffnungsträger Friedrich III. Beide Söhne kommen durch den Tod ihrer Väter frühzeitig auf den Thron. Er wollte auf jedem Gebiet auch selbstständig eingreifen. Dazu fehlte es seiner im Grunde beschränkten Natur an Kenntnissen und Talent, an Ruhe und Selbstzucht. Sein rücksichtsloser Eigenwille, die plötzlichen und grausamen Maßregelungen, mögen noch den Beifall großer Massen entfesselt haben, als Einsichtigere dahinter schon ein schreckliches Gespenst lauern sahen. Den Wahnsinn. Cäsarenwahn, diagnostiziert Ludwig Quitte für Caligula. Die deutsche Gesellschaft fühlt sich getroffen. Der spezifische Cäsarenwahnsinn ist das Produkt von Zuständen, die nur gedeihen können bei der moralischen Degeneration monarchisch gesinnter Völker oder doch der höher stehenden Klassen, aus denen sich die nähere Umgebung der Herrscher zusammensetzt. Der Skandal kommt ins Rollen, als die stockkonservative Kreuzzeitung einen wütenden Verriss bringt und Quitte Majestätsbeleidigung vorwirft. Damit wird die historische Studie schlagartig populär. Die Druckerei konnte den Bedarf nicht decken. Eine zweite, ja eine dritte, musste in Anspruch genommen werden. Und die Maschinen liefen Tag und Nacht. Es war noch keine Woche nach Erscheinen des Kreuzzeitungsartikels vergangen. Da lag schon die 24. Auflage vor. Und ich erfuhr, dass bereits 150.000 Exemplare abgesetzt seien. Nach mehreren vergeblichen Anläufen wird Ludwig Quitte 1896 wegen Majestätsbeleidigung zu drei Monaten Haft verurteilt. Schlimmer ist für ihn das Verhalten der Historikerzunft. Er muss die von ihm gegründete deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft aufgeben. Ihm wird Missbrauch der Wissenschaft vorgehalten. Vereine und Verbände drängen ihn zum Rücktritt. Auch deshalb triumphiert Ludwig Quitte nicht, als der Kaiser 1918 vom Thron gestürzt wird. Der Pazifist und radikale Demokrat weiß, untertanen Geist und monarchistische Gesinnung sind in Deutschland weiter lebendig. Umso mehr müssen alle, die es wohl meinen mit der Zukunft des deutschen Volkes, sich zusammenschließen, um die Republik zu säubern und zu stärken, um vor allem Republikaner nicht nur im Sinne äußerer Verfassungstreue, sondern Republikaner der Gesinnung zu erziehen. Ein überzeugter Demokrat, der Historiker Ludwig Quitte, vor 130 Jahren veröffentlichte er seinen Caligula.